3. Kapitel 3. Punkt von der Abtötung des Gehörs, des Geruchs und des Gefühls 1. Das Gehör muss man vor allem dadurch abtöten, dass man anderen kein Gehör gebe, wenn dieselben gegen den Nächsten murren oder von weltlichen Dingen reden oder gar von unschicklichen Sachen, die, wenn sie uns auch keinen anderen Schaden zufügen, wenigstens den Kopf mit tausend Gedanken und Bildern erfüllen, die uns hernach im Gebete und in unseren Andachtsübungen zerstreuen und beunruhigen. Wenn du also, geliebte Seele, dich irgendwo befindest, wo solche Reden geführt werden, so musst du sie auf gute Art abzubrechen suchen, indem du zum Beispiel irgendeine nützliche Frage vorbringst und wenn dir das nicht gelingt, so suche entweder wegzugehen, wenn du kannst oder schweige wenigstens und schlage die Auge nieder und gib zu verstehen, wie wenig dir solche Gespräche gefallen. In Bezug auf den Geruch musst du vor allem eitele Wohlgerüche fliehen als Ambra, Rauchkerzlein, Balsam, wohlriechendes Wasser und dergleichen. Solche Verzertelung zieht sich gar nicht für fromme Seelen. Du musst vielmehr darauf bedacht sein, den bösen Geruch, den man öfters zum Beispiel in Krankenzimmern findet, geduldig zu ertragen, wie dies die Heiligen getan, die vom Geiste der Liebe und der Abtötung beseelt, den üblen Geruch der Kranken sogar gern ertrugen, als ob sie in einem Garten voll wohlriechender Blumen wären. In Bezug auf den Sinn des Gefühls musst du, geliebte Seele, mit der größten Sorgfalt auch den kleinsten Fehler hierin vermeiden, weil derselbe deine Seele in Gefahr stürzen kann, des ewigen Todes zu sterben. Ich will mich über diesen Punkt nicht viel auslassen und bemerke nur, dass ein frommer Christ nicht nur gegen andere äußerst sittsam und vorsichtig sein müsse, sondern auch gegen sich selbst, damit er die schöne Perle der Heiligen Reinigkeit ungetrübt bewahre. Es gibt Menschen, die so töricht sind, sich in diesem Punkt der Scherze zu erlauben, aber wer scherzet wohl mit dem Feuer? Als der heilige Petrus von Alcantara am Sterben war und bemerkte, dass ein Ordensbruder, der ihm diente, ihn anrührte, sprach er, rühre mich nicht an, denn ich lebe noch und könnte Gott beleidigen. Man muss also diesen Sinn so viel als möglich durch äußere Abtötung zu bezähmen suchen, worüber ich jetzt ausführlicher reden will. 2. Unter den äußerlichen Abtötungen versteht man das Fasten, die Bußgürtel, das Geißeln und das Wachen. Von dem Fasten habe ich schon früher das Nötige gesagt. Es gibt mehrere Arten von Bußgürteln. Einige sind von Rosshaaren gemacht und diese können denen, die nicht stark sind, schädlich sein, denn der Pader Scaramelli bemerkt mit Recht, dass sie, weil sie das Fleisch entzünden, dem Magen die natürliche Hitze entziehen und ihn schwächen. Andere sind vom Metalldraht in Form von Ketten gemacht. Diese schaden der Gesundheit weniger, wenn man sie um die Arme, die Schenkel oder auf den Schultern trägt, denn auf der Brust oder um die Lenden können auch sie schädlich sein. Dieses sind die gewöhnlichen Bußgürtel, deren sich alle ganz ruhig bedienen können. Die Heiligen haben sich indes ganz andere bedient. Das berühmte Beichtkind des Pater Avila, Sancia Garelio, trug ein herrenes Bußkleid vom Halse bis auf die Knie. Die Heilige Rosa von Lima trug einen langen, mit Nadeln geflochtenen Bußgürtel mit einer großen eisernen Kette um die Lenden. Der Heilige Petrus von Alcantara trug eine große, eiserne, durchlöcherte Platte auf den Schultern, die ihm das Fleisch zerriss. Es würde also nicht etwas gar Großes sein, wenn du, geliebte Seele, wenigstens vom Morgen bis zum Mittag ein eisernes Kettlein am Arme trügest. Was das Geiseln oder die Disziplin anbelangt, so wird diese Abtötung von dem heiligen Franz von Sales sehr empfohlen und ist auch allgemein in allen geistlichen Orden beiderlei Geschlechts eingeführt. Man findet keinen Heiligen, wenigstens in neuerer Zeit, der nicht dieses Bußwerk der Geiselung vielfältig geübt hätte. Besonders wird von dem heiligen Aloysius Gonzaga erzählt, dass er sich oft täglich dreimal bis aufs Blut geiselte und am Ende seines Lebens noch seine Obern bat, ihn wenigstens durch andere vom Haupte bis zu den Füßen geiseln zu lassen, weil er nicht imstande war, sich selbst zu geiseln. Sonach wäre es ebenfalls gar keine große Sache, wenn du dich täglich einmal oder doch die Woche drei bis viermal geiseln würdest. Jedoch darf dies nur mit Erlaubnis des Beichtvaters geschehen. Was das Wachen betrifft, wodurch man sich eines Teiles des Schlafes beraubt, so liest man von der heiligen Rosa, dass sie, um die Nächte durchwachen und beten zu können, ihre Haare an einem in die Mauer eingeschlagenen Nagel fest band, damit, wenn ihr Kopf vom Schlafe überwältigt sich neigte, der Schmerz sie wieder aufweckte. Vom heiligen Petrus von Alcantara wird erzählt, dass er 40 Jahre lang nur eine Stunde oder höchstens anderthalb Stunden die Nacht geschlafen habe und dass er, um nicht länger zu schlafen, das Haupt an ein in die Mauer befestigtes Holz gestützt habe. Solche Nachtwachen darf man ohne eine besondere Gnade nicht üben. Ja, in der Abkürzung des Schlafes muss man sehr vorsichtig und mäßig sein, denn wenn der nötige Schlaf fehlt, so ist man gewöhnlich zu den geistlichen Übungen, zum Gebete, zur Betrachtung und geistlichen Lesung, entweder unfähig oder doch weniger tauglich, wie dies der heilige Karl Borromeus erfuhr, der wegen seiner Nachtwachen oft am Tage vom Schlafe überwältigt ward und sogar bei öffentlichen Feierlichkeiten einschlief, weshalb der Heilige denn auch beschloss, künftig des Nachts mehr zu ruhen. Man muss sich indes auch merken, dass es durchaus nicht nötig ist, ja nicht einmal geziemend sei, wenn Menschen, die ein geistliches Leben führen wollen, dem Leibe allen Schlaf, den er bekehrt, gestatten, wie das die unvernünftigen Tiere tun, welche erst dann zu schlafen aufhören, wenn sie nicht mehr schlafen können. Man muss sich also nur den notwendigen Schlaf gestatten und nichts mehr. Gewöhnlich brauchen Frauenzimmer weniger Schlaf als Männer. Fünf oder höchstens sechs Stunden sind hinreichend, indes Männer gewöhnlich eine Stunde mehr brauchen. Wenigstens bitte ich dich, geliebte Seele, dass du sogleich aufstehst, wenn du zu gehöriger Zeit erwachest oder geweckt wirst, ohne dich noch, wie es manche tun, eine Zeit lang im Bette hin und her zu wenden. Die heilige Theresia sagte zu ihren Schwestern, sobald eine Klosterfrau die Glocke läuten hört, muss sie also gleich aus dem Bette springen. 4. Die Heiligen haben sich nicht nur den Schlaf entzogen, sondern sie haben auch noch während desselben andere Abtötungen ausgeübt. Der heilige Aloysius legte zwischen seine Betttücher Holz und Steine. 5. Die heilige Rosa schlief auf einigen Baumstämmen, die sie mit Erde ausfüllte. 6. Wenn die Schwester Maria vom Gekreuzigten schlafen ging, so legte sie das Haupt auf ein Kissen von Dörnern. 7. Ich wiederhole indes von diesen Bußwerken, was ich schon früher gesagt, dass sie außerordentlich und nicht für alle geeignet sind. Aber desungeachtet darf doch ein Christ nicht immer die Befriedigung seiner Sinnlichkeit suchen. Warum braucht zum Beispiel der, welcher auf einem Strohsacke schlafen kann, eine Matratze? Wenigstens sollte er, wenn eine Matratze hinlänglich ist, nicht zwei nehmen. 5. Zur Abtötung des Gefühls gehört noch, dass man geduldig die Verschiedenheit der Jahreszeiten, der Hitze und der Kälte ertrage. In der heilige Petrus von Alcantara ging immer im Winter mit bloßen Füßen und ohne Kopfbedeckung und bediente sich als dann nur eines einzigen zerrissenen Kleides. Das können wir freilich nicht tun, aber es wird doch nicht etwas so Großes sein, wenn wir uns im Winter nicht nahe an den Ofen drängen, sondern entfernt davon bleiben, wie dies der heilige Aloysius während seines Aufenthaltes in der Lombardei tat, wo es sehr kalt wird. Wenigstens sollten wir diese Abtötung an einem Tage in der Woche üben oder doch geduldig und ergeben Hitze und Kälte ertragen und sie willig von der Hand Gottes annehmen. Als der heilige Franziskus Borgias einmal spät in einem der Jesuitenklöster ankam, war die Pforte schon verschlossen, sodass er die ganze Nacht in der Kälte und im Schnee bleiben musste. Als es Tag geworden, waren die Brüder sehr betrübt hierüber, aber der heilige antwortete, Wisset, dass, wenn ich auch am Leibe gelitten, ich doch in der Seele den größten Trost gefunden, denn es kam mir vor, als ob Gott sich über meine Kälte freue und mit eigenen Händen mir die Schneeflocken vom Himmel herabsende. Gebet O mein geliebter Heiland, ich schäme mich, vor dir zu erscheinen, da ich noch so sehr an den Freuden der Welt hange. Solange du auf Erden lebtest, warst du nur darauf bedacht, für mich zu leiden und ich war bis jetzt nur darauf bedacht, mich selbst zufriedenzustellen und deine Schmerzen und deine Liebe zu mir zu vergessen. Ich habe freilich viele gute Vorsätze gemacht und mehrmals sie zu halten versprochen, aber dennoch habe ich sie nur allzu schlecht ausgeführt. O mein Jesu, gib mir Kraft, damit ich noch etwas für dich tue, ehe ich sterbe. Ach, mit Angst würde ich sterben, wenn mich jetzt der Tod überfiele. Du verlängerst mir noch das Leben, damit ich mich heilige. Ja, ich will heilig werden. Ich liebe dich, O mein Gott, und Bräutigam meiner Seele und will an nichts anderes denken, als dir wohl zu gefallen. Vergib mir alle Beleidigungen, die ich dir früher zugefügt habe. Ich verabscheue sie von ganzem Herzen. Ach, mein Gott, um mir selbst zu gefallen, habe ich dir, um mein Leben, der du mich so sehr geliebt hast, so oft missfallen. Amen. Stehe mir bei, damit ich von jetzt an ganz dein sei. Heiligste Jungfrau, Maria, meine Hoffnung, stehe auch du mir bei. Erflehe mir Kraft, um für Gott etwas zu tun, ehe mich der Tod überrascht. Amen. Amen.